Das ganze Leben ist ein Pitch. Wir pitchen, weil wir Großes erreichen wollen. Ich finde das total geil. Schnallen Sie sich an. Wir pitchen, um Menschen zu bewegen. Unsere Erfindung wird euch auf den Socken hauen. Das ist wirklich magisch. Wir tun es, weil wir ziemlich viel Spaß daran haben. Ich finde, wir sehen verdammt gut hier drin aus. Das ist Innovation, Vision, das ist... Hoffentlich nicht Halluzination. Endlich wird wieder gepitcht. In der Höhle der Löwen. Ab 29. August. Playbox.